Leute, was geht ab? Heute ist wirklich ein sehr besonderer Tag und zwar, wir werden heute zu meiner alten Liebe zurückkehren. Und zwar, ihr kennt sie alle. Ich habe sehr, sehr lange Fortnite gespielt. Jetzt habe ich drei Monate gar kein Fortnite gespielt, weil ich in der Minecraft-Sucht gefangen war. Aber heute wird es so sein, Freunde. Wir werden das erste Mal wieder gemeinsam Fortnite starten und werden mal eine Runde spielen. Und ich bin wirklich gespannt, was sich so geändert hat und was es Neues gibt. Let's go! Und lasst einen Like und Abonnenten! So, Fortnite startet ganz normal. Das Ganze kenne ich auch noch, weil die neue Season habe ich, glaube ich, ein, zwei Runden gespielt. Das war es auch schon gewesen. Ich habe mir den Battle Pass durchgekauft, habe die Skins einmal getestet und das war wirklich, ich habe vielleicht insgesamt zehn Runden gespielt. Mehr waren es nicht gewesen. The Witcher? Ist das hier? Ach nee, ich glaube, das ist der Skin. Ah, den Wunder haben sie schon angekündigt zur neuen Season. Ich bin auch schon wieder Rentnermäßig, Leute. Ich weiß schon wieder gar nichts mehr. Also ich kenne auch gar keine neue Waffe. Ich weiß irgendwie nur, Son Goku und so sind neu reingekommen, beziehungsweise neue Dragon Ball Corporation gibt es. Son Goku war ja schon vorher drin. So, oha, wir sind drin. Ihr seht, ich bin gerade bei Level 111. Das waren wirklich fünf Games gefühlt gewesen. Es gibt Neuigkeiten. Okay, super, Dankeschön. Und oha, was habe ich denn hier bekommen? Was ist das denn? Neue Styles. Okay, oha, das sieht nice aus, der Style, muss ich sagen. Was ist das für eine Gurke? Warum mache ich die Gurke als Backbling? Okay, ist das hier auch? Vielen Dank. Warum habe ich hier neue Dings erhalten? Isaac Clarke. Boah, der sieht voll nice aus. Okay, nices Backbling auch. Okay, okay, warum nicht? Dann gab es hier, was, was, was? Merkwürdige Übertragung? Achso, das ist wahrscheinlich so ein Pack dazu und noch ein Emote. Was auch sehr cool aussieht. Also freue ich mich auf jeden Fall. Nimm ich mit, Leute. Kost... Oh! Und ein Geschenk haben wir auch direkt bekommen. Lost Darwin haut ein Geschenk raus. Was wird da drin sein? Wird der uns einen dicken Skin geschenkt haben? Lost Darwin. Vielleicht hast du ja irgendwas reingehauen, was mir noch fehlt. Komm, ich gucke mal. Oha, hä? Winterwunder Sky. Okay. Aber auch wieder einen Recolored Skin haben die reingebracht. Ja, aber sieht nice aus. Ey, Bro, ich küsse doch deine Augen mit Backbling hier. Sieht nett aus, würde ich mal sagen. Danke für den Skin, Kollege. Hä? Er hat mir noch ein Geschenk? Ey, Leute, das ist nicht abgesprochen. Er hat mir einfach noch ein Geschenk gemacht. Ich habe die beste Freundesliste in Fortnite überhaupt. Ey, was ist das für ein Ehrenmann hier? Hä? Er hat mir einfach MrBeast geschenkt. Stimmt. Der hat ja mittlerweile auch sein Skin bekommen. Wisst ihr doch, damals, ich habe ja jeden einzelnen Skin in Fortnite gekauft. Mittlerweile, glaube ich, fehlen mir wieder einige. Aber ich werde natürlich wieder nach... Hä? Darwin hat mir noch einen Skin geschenkt. Ich dreh durch, Bro. Ich dreh durch. Was ist denn das für ein... Hä? Was? Es gibt ein Lambo-Rambo? Nein. Ey, wie cool ist das denn? Also, es soll auf jeden Fall ein Lambo sein, oder? Das ist von halt von MrBeast. Äh, das... Ey, Bro, er macht doch Geschenk. Ich dreh durch, Leute. Es ist wie Weihnachten und Ostern. Also, da macht es ja schon wieder Spaß, in Fortnite zurückzukommen, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Ist das hier nicht von Overwatch? Nee. Doch, Overwatch, ne, Leute? Nee, My Hero Academy. Hä? Das sieht irgendwie aus wie D.Va von Overwatch. Aber okay. My Hero Academy habe ich noch nicht geguckt als Anime. Aber sie ist cooler. Cooler Skin, muss ich sagen. Auch hier cooles Backbling. Ja. Wie ist das? In Ordnung, Leute. Ey. Darwin, ey. Hör doch auf. Bro, wie viele Geschenke hat der mir gemacht? Ich dreh durch. Nach drei Monaten in Fortnite, ich komm online und der schenkt mir... Ey, ich habe schlechtes Gewissen. Ich habe Realtalk gerade schlechtes Gewissen. Warum macht ihr mir so viele Geschenke? Ey, voll geil. Auch My Hero Academy. Oha, nicer Backbling. So eine Actionfigur. Ich glaube, den an... Wow, ich glaube, den Anime muss ich mir auch mal reinziehen. Die Skins sehen ja unheimlich aus. Also optisch gesehen gefällt mir das sehr, sehr gut. Er hat mir noch was geschickt. Oha, bitte, bitte, bitte. Ist das hier nochmal eine Pickaxe? Mr. Beast seine Geldtarnung. Wie geil ist das denn? Und nochmal hier eine Beasttarnung. Geil. Ja, ich feiere ich. Ey, er hat... Ey, wie viel Geld ist das? Was hat der hier? Ey, ich habe so ein... Wirklich... Ich wusste davon nicht mal, dass Amy hier alles raushaut. Ey, Kuss. Hier haben wir auch nochmal einen neuen Skin. Schneetänzerin. Ey, sieht auch sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Ich sage euch ehrlich. Egal, was jetzt im Itemshop drin ist. Wir werden lost da... Ja. Ich muss eine Durchsage machen. Ich muss eine Durchsage kurz machen. Einen Moment. Wow, wie viele Geschenke willst du mir noch machen? Das ist doch nicht mehr normal. Okay, was wird hier drin sein? Let's go. Ich bin gespannt. Wow, wer ist das denn? Janice. Antetokomompo. Ein echter Krieger auf und neben dem Spielfeld. Hä? Hä, Bro, ich kenne den nicht. Aber der sieht ja absolut aus wie ein Wrestler oder so. Also, Leute, ich sage euch ehrlich. Ich glaube, mit denen ist es nicht gut Kirschen essen. Alter, wie breit ist der denn bitte? Wow. Nice, der Flügel. Also, die finde ich ein bisschen zu big. Und ich finde, die passen auch nicht so. Aber das hier, Bro, das ist ja ganz, ganz total. Schreit. Wow. Okay, nice. Okay, nimm mal mit, Leute. Nein, der hat mich. Ich, Bro, bitte hör auf. Bitte hör auf. Ich check the Kid Leroy vom Träumer zum Weltstar. Leave me alone. Was hat der denn da hinten drin? Eine Pommes oder was? Leave me alone. Ist das ein Sänger? Ich kenne ihn leider nicht. Aber der erscheint auf jeden Fall, glaube ich, ein... Klar, Bro, ist 100 pro Musiker. Ich sage euch ehrlich. Geil. Aber sieht lustig aus. Sieht chillig aus. Finde ich nice. Alter, krass. Wie viele Iconic Skins es jetzt mittlerweile in Fortnite gibt. Es gibt ja nur noch Iconic Skins. Okay, das war es gewesen. Leute, ich werde jetzt mal in den Item Shop gucken. Ich werde jetzt einmal... Oh. Bro, was gibt es hier denn alles? Okay, okay. Warte mal. Das ist hier noch oldschool. Das haben wir. Ähm... Hier gibt es noch irgendwas gratis. Was ist das denn hier? Was gibt es denn hier gratis? Ach so, wahrscheinlich das Banner einmal. Okay, sehe ich nicht. Aber ich glaube, null Gegenstände erhalten. Stark. Das Paket hatte ich schon. Das Paket habe ich auch schon. Habe ich auch schon. Habe ich auch schon. Haben wir auch schon. Haben wir alles? Haben wir alles? Wow. Piccolo und Son Gohan. Wie cool ist das denn bitte? Ey, das sind ja ein paar absolute Dragon Ball OGs. Ich sage euch ehrlich. Wir werden das erst mal hier V-Bucks auflaufen, würde ich sagen. So, ich würde mal sagen, ein paar V-Bucks sind wieder aufgeladen. 16.000. Jetzt werden wir uns hier erst mal nach und nach hier Song Gohan holen. Alter, Leute. Song Gohan ist auch absolute OG. Ich feiere ja Dragon Ball. Dragon Ball war mein erster Anime, den ich überhaupt geguckt habe. Wow. Nice. Kaufen wir uns natürlich. Let's go. Einmal Song Gohan. Wollen wir jetzt... Oh, ich hätte Bock auf Piccolo spielen. Ich glaube, ich spiele eine Runde Piccolo. So, haben wir uns geholt. Dann kaufen wir uns erst mal hier den guten alten Piccolo. Der auch einmal hier. Zack. Energiefreisetzung. Nice, Leute. Barbermäßig kaufen wir uns auch einmal. Dürft in unserer Sammlung natürlich nicht fehlen. So ein nice Typen hier. Geil, Leute. Feierig. Haben wir alles gekauft. Das haben wir schon, das alte Dragon Ball. Son Goku und so. Oh, Shenlong, Leute. Ey, ich habe gar keinen... Nein. Nein, ich habe gar keinen Creator Code eingetragen. Oh, ich heule leicht, ey. So, Creator Code natürlich. Stani eintragen. Ganz wichtige Geschichte. Falls ihr mich natürlich immer noch supporten wollt. Ich weiß, da draußen gibt es doch einige, die mich supporten. Also, obwohl ich keinen Fortnite-Wer spiele, Kuss an jedem Einzelnen, der hier trotzdem noch supportet. Ey, Shenlong ist auch nice, Leute. Geil. Haben wir direkt mal ausgerüstet. Das haben wir schon erhalten. The Dance. Achso, das ist ja so ein TikTok-Tanz. Okay, was ist das hier? Hä? Herz eines Königs. Cool aus. Kaufen wir uns. Let's go. So, was haben wir hier noch? So den Rest, glaube ich. Alter, wie groß ist denn mittlerweile der Fortnite-Shop geworden? Ey, das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Oh, hier noch eine Tarnung, die ich noch nicht habe. Okay, kaufen wir uns auch. Schön, die Tarnung hier. Sieht jetzt zwar nicht so krass aus, aber... Ja, hier mit dem Herz ist ganz cool, aber das ist jetzt auch nichts Aufregendes. So, aber... Oh, hier Herzkeule. Ah, die haben immer so ein paar Updates anscheinend für die Skins rausgekommen. Habe ich sie damals nicht gekauft gehabt? Kann eigentlich nicht sein, aber sieht so ganz so danach aus. Ey, was ist denn hier im Shop los, Bro? Hä? Hä? Okay, hier gibt es doch einmal so ein Komplettpaket. Dann nochmal hier. Das können wir uns auch kaufen. Komm, holen wir uns direkt, Leute. So, das Paket haben wir uns auch geholt. Ja, sieht ganz nice aus. Warum nicht, Leute? Mit 600 V-Bucks oben drauf. Kann man machen. Beinhaltet auch Rette die Welt, Rette die Welt. Habe ich schon, Bro. Habe ich schon. Fortnite Crew-Paket müsst ihr auch mal wieder aktualisieren. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich hoffe, Devin hat noch nicht ein paar Pakete. Ich werde ihm jetzt das hier. Ich werde ihm jetzt... Nee, ich werde ihm jetzt erstmal hier Piccolo-Paket schenken. So, hier ist er, Leute. Oh mein Gott, er hat das Piccolo-Paket noch nicht, Leute. Jetzt kriegt hier Lost Devin erstmal sein erstes Piccolo-Paket hier. Zack, ich hoffe, er freut... Äh, wie? Achso, ich hoffe, ich kann ihn noch mehr senden. Warte mal, hier. Wir senden jetzt direkt, Leute. Wir senden jetzt alle Pakete rüber, die es hier gibt. Ist mir egal. Wir senden ihn alles rüber. Hier ist er wieder, Leute. Hat er erst schon... Oh, hat er auch noch nicht, Leute. Sehr, sehr gut. Gibt es hier auch einmal... Wer mich so krass beschenkt, kriegt doppelt zurück. Sag ich euch so, wie es ist hier. Zack, fertig. Ja, das kriegt er hier zurück, Leute. Was schenken wir ihm noch? Was ist noch ein nices Paket? Komm, hier noch ein nices Paket. Hier, Assassin's Creed-Paket. 4400 V-Bugs, Leute. Juckt uns nicht. Werden wir ihn direkt rüber schenken. Ah, er hat ja schon... Er hat noch keine Gegenstände hier, Leute. Zack. Komplette Paket einmal rüber. So, 2750 V-Bugs haben wir noch. Hat er das hier? Das ist vielleicht das LeBron-Paket. So, Leute. Das Paket kriegt er auch noch einmal rübergeschossen hier. Ja, unsere V-Bugs sind fast auf Null, Bro. Ich bin ab. Aber nächstes Mal, ich würde sagen, nächstes Mal, wenn noch ein paar Skins drin sind, Leute, werde ich ihnen noch mal was rüber sein, oder was meint ihr? Für jeden Like auf dieses Video ein Geschenk für Devin, Junge. Für den Ehrenmann. Okay, welches Skin wählen wir aus? Wir waren lange nicht im Fortnite drin gewesen. Ich wähle aus, Leute, unseren OG-Skin Renegade Raider mit Shenlong. Okay. Seid ihr bereit? Null bauen. Erste Runde nach drei Monaten überhaupt. Ich habe so lange nicht gespielt. Ich bin gespannt. Abfahrt. Oh, ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier die absoluten Schwitzer haben. Also, ich glaube dann wäre ich... Wie sieht die Map aus? Okay, okay. Wir haben auch auf der Map schon richtig viel erforscht. Baba-mäßig. Oh, ey, guck mal. Ein freundlicher Spieler. Was geht ab, Bro? Ah, die Freundlichkeit in Fortnite ist anscheinend wieder zurück. Aber ich sehe schon, Alter, das sieht doch hier absolut nach Schwitzerlobby aus, oder was meint ihr? Guck mal, sogar Ninja ist am Start. Also, ich glaube, ich werde direkt zum Anfang down gehen. Ich denke mal, ich werde nicht lange durchreißen. Ja, wo gehen wir hin, Leute? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo was Gutes ist. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal... Oh, guck mal. Oha, das ist so eine Höhle, Leute. Habe ich die schon erforscht, die Höhle? Ne, das ist hier. Ich glaube, ich gehe mal da hinten in die Höhle rein. Das sieht ganz nett aus. Da, das sieht ein bisschen Secret-mäßig aus. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Also, Grafik, könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, ist Fortnite echt immer noch babamäßig. Also, die Grafik gefällt mir echt richtig gut. Oha! Oha! Stringlong kommt hier und macht richtig Welle. Geil, Alter. Die sieben Dragon Balls! So, einmal rein. Okay, hier kommen die gleich mit. Ja, einer kommt mit. Okay. Sieht gut aus. Aber der landt, glaube ich, ein bisschen weiter links. Oha, okay. Ich komme hier perfekt rein. Hä? Tilted Towers? Bist du's oder was? Tilted Towers ist back. Runter hier. Boah! Gibt es hier jetzt Eis oder was? Nee, Eis gab es schon vorher, oder? Ich glaube, ja. So, was haben wir hier für einen Loot hier? Einmal eine Granate. Dann haben wir hier Rotpunkt. Kannte ich das schon? War das schon von Anfang an der Season drin? Ich weiß gar nicht mehr. Oh! 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 Der Loot ist nice! Geil, Leute. Der Loot schmeckt. Uhrzeit, Stinkebogen kenne ich auch noch. Schubsaft, den kenne ich auch noch. Da haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. Ich kann mal nehmen, dass wir hier gleich mal ein bisschen... Hä? Guck mal, was ist denn da auf der Karte? Ach so, auf der Karte ist das eine Superfähigkeit. Ah, hier sind ja die Dinger. Okay, ich muss ja mal hier Full Leben hier holen. Boah, die Animation wurde auch geändert, ne? Guck mal, wie das hier jetzt rumjuust. Boah, das juust ja richtig rum. Geil. Dann Kopfgeld. Wir machen hier noch Kopfgeld. Okay, hier ist direkt ein Gegner neben uns. Ich werde mal einmal hinsliden. Unsere erste... Als ob ich jetzt hier den ersten Film mache. Das wäre natürlich direkt wunderhaft. Aber wir haben noch gar keine Waffen. Also wenn wir jetzt hier im Nahkampf kommen sollten, hätten wir, glaube ich, einige Probleme. Oh mein Gott, Bro. Mein Aim, ich sehe schon. Ich habe so lange nicht mehr mit dem Controller gespielt. Oh mein Gott. Hä, was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt? Was ist jetzt hier... Ne, hä? Hä, wie war denn das? Was ist denn das breit jetzt, Bro? Was ist da jetzt breit? Was war denn das nochmal? Ja, keine Ahnung. Wir lassen das jetzt erstmal bereit. Bereit sein ist gut. Und hier können wir auch noch ein bisschen looten. Oha, Slip-Saft ist wieder dabei. Haben die den wieder reingebracht? Geil, auf Oldschool-mäßig Slip-Saft. Warum nicht, Leute? Feier ich. So, hier gibt es noch ein bisschen... Ja, hier gibt es auch noch ein bisschen Loot. So, danke schön. Was ist das hier für ein Ding? DMR kenne ich auch schon. Das kenne ich auch schon. Der Gegner ist irgendwo in die Richtung gegangen. Hä, wenn wir es mal genau kontrollieren, wo der ist. Junge, der Typ rennt weg vor mir. Hast du gesehen, dass ich Renegade Raider bin? Oder warum rennst du weg? Bleib mal stehen jetzt hier. Eins-gegen-eins-Situation. Gegen den Oldschool-Spieler hier aus Season 1, hä? Oder traust du dich nicht? Oh, oh. Erste Fights hier links war ein Fight gewesen. Oh, das sieht gut aus. Hier habe ich noch nie... Oh, ja, ja, ja. Vor mir. Oh, das wird jetzt der erste Kill, Leute. Ich spüre es. Über das Eis schnell sliden. Und dann holen wir uns den. Hier schnell hoch. Links, rechts. Combination. Wo ist der? Wo ist der denn? Ah, okay. Easy. Leute, also das war ja... Also wenn alle Gegner so sind, dann... Dann fange ich wieder an mit Fortnite, sage ich euch ehrlich. Dann macht es ja richtig Spaß. Oh, was hat der gehabt? Sturmgewehr? Ist das... Oh, weg damit hier. Weg mit hier. Hallo, hallo, hallo. Es gibt jetzt die Scar in Grau. Okay, nehme ich mal die hier mit noch. Oh, da kommt einer. Oha, let's go. Freunde, das läuft ja besser, als ich gedacht habe hier. Als ob wir nach so viel Zeit hier einen Win holen könnten in Fortnite. Das würde mich ja echt verwundern. Aber ich glaube, ich bin ja auch in eine Noob-Lobby gekommen. Weil ich so lange nicht gespielt habe. Überleg mal, die hätten mich jetzt direkt in so eine Schwitzer-Lobby reingepackt. Dann wäre ja eh over gewesen. Aber so gefällt mir das schon besser. Das hat hier schon ein bisschen mehr Oldschool-Vibes. Die Leute, die noch ein bisschen lost sind. Okay, ab in die Zone. 29 Leute. 28 Leute. Oh, ich werde gejagt. Okay. Okay. Bisher habe ich aber, glaube ich, noch keine neue Waffe gefunden. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, es gibt neue Waffen. Geh mal kurz ins Kilo rein. Ja, was ist hier? Donnerschrotflinte kenne ich auch noch. Okay. Also bis dato nix Neues reingekommen, ne? Alles beim Alten. Ja, warum nicht? Also ich dachte, hier gab es ein paar Updates mit ein paar neuen. Ich glaube, Super Kamehamehas drin und Deku-Smash. Das habe ich bei TikTok gesehen. Dass das irgendwie zwei neue Waffen sein sollen. Aber bis dato nix. Boah, was macht der denn da? Der ist ja full am Updancen. Junge, Junge, Junge. Boah, was ist das denn hier? Einfach hier so eine... Oha, Junge. Let's go. Woo. Fortnite für Fortnite. Wo sind die Gegner? Nun, warte mal. Ich will mal hier die Kiste aufmachen. Ich will jetzt mal irgendein neues Item bekommen. Komm. Gib mir ein neues Item. Ja, Bro, kenne ich auch schon Stinkebogen. Ist nix Besonderes. Also ich hätte irgendwie gedacht, dass sich mehr ein Fortnite geändert hat, ne? Also jetzt außer die Skins und so in drei Monaten. Oh, Gegner, Gegner. Oh. Oh. Oh, die kommen da mit der Zone rein. Okay, wo ist der? Gibt es eigentlich noch diesen Hammer? Oh, der ist vor mir. Hä? Hä? Oha, das gibt wieder Rifts, Leute. Okay, warte, ich will auch einen Rift rein. Wow, let's go. Okay, Rifts gibt es anscheinend auch wieder. Ja, ich fand Rifts immer nice eigentlich. Das war mal ein gutes Item gewesen. Ich gehe jetzt erst mal. Oh, ja, okay, 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 bro. Er gibt den direkten Heady. Okay, okay, ruhig dich, ruhig dich, ruhig dich. Okay, weit ist in der Zone weg. Okay, gut, dass ich in der Zone rotiert bin. Hier noch eine Kiste. Na, auch nur ein Stinkebogen. Also, ist jetzt heute irgendwie Woche der Bögen oder was? Auch nochmal ein Stinkebogen hier. Hier links von uns sind wieder Gegner. Komm, bitte Endgame. Endgame wäre schon big, wenn wir Endgame schaffen würden. Vor mir ist einer. Nein, der hat mich gesehen, glaube ich, oder? Ich glaube, er hat mich aufgedeckt, bro. Irgendwo kämpft er hier. Oh mein Gott. Nein, 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 nicht loswerden. Oh. Bro, ich bin zu lost für das Game, Leute. Ich werde einfach gefeelt von der Pistole. Was geht hier ab? Aber keine neue Waffe, kein nichts gehabt, Leute. Schreibt unten in die Kommentare rein. Soll ich mal wieder eine Runde Fortnite spielen? Lasst ein Like und ein Abo, das war's gewesen, Leute. Chill bitte. Nein. Bis zum nächsten Mal.